Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, unserem zweiten Playthrough. So, wir sind in Red Ricks Kerker eingebrochen und wollen uns hier umsehen. Ich hoffe, das hilft. Okay, ein Wiedergänger ist hier. Okay, Wiedergänger, menschliche Skelette. Okay, hier ist ein bisschen viel los. Was könnten wir? Sie blitzdingsen. So. Schwerter und ein bisschen Gefäßfleisch. Gut. Hier über den Gang wären wir auch dorthin gekommen. Also ja, Untote machen schon ein bisschen Schaden, aber das können wir ab. Wie viel Rastvorräte haben wir eigentlich noch? Volle vier, okay. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Oh, geht mal aus dem Weg. Der muss rein da. So, jetzt machen wir mal wieder Blitze. Okay, das hat schon mehr wehgetan. Absolut. Nice and quiet. Schau da. Falle. Oh, gute Brigantine. Also ja, die verlangsamt mich noch mal ein bisschen, aber die hat eine ziemlich gute Rüstung. Und ja, ich habe mal nachgeguckt. Es gibt einen Konsolenbefehl für Hight Helmets. Ich bin am überlegen, ob ich den benutzen soll, weil er macht nicht wirklich was Böses eigentlich. Guter Kampfstab und Adra, okay. Für die Tür benötigen wir einen Schlüssel. Eine gute Keule und noch ein bisschen anderes Geld. Ja, und ich glaube, in den Dingern hier steht auch nur so Entwickler-Kommentare oder Baker-Kommentare. Ja. Cody, Faithful Watcher, Beloved Champion. Ja. Gut, das heißt, wir können nur auf der anderen Seite mal weiter. Ich höre auch Schritte, die schnell laufen. Gehen wir mal wieder. Genau, ich wusste, hier gibt es Fallen. Okay, schwarzer Schlamm. Okay, schwarzer Schlamm. Hier ist einer der Wege nach oben. Schau da! Okay, ich kann diese Falle nicht entschärfen. Jetzt ist die Frage, möchte ich sie auslösen? Versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal. Au, nein. Quick-Safe. Die Anordnung ist etwas doof. Weil erst die Autosaves und dann das Quick-Safe und dann meine Let's-Play-Saves kommen. Außer ich kann die Anordnung einstellen. Nein, kann ich leider scheinbar nicht. Absolut. Au, das hat Duel ins Böse gepostet. Hallo. Hallo? 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 Hey. Okay, noch eine Falle. Hey. Ein unscheinbarer Zombie. Ich werde diskret sein. Interessant. Du kannst die Falle nicht entschärfen. Okay, dann müssen wir vorsichtig an dieser Falle vorbei. Hey. Following your lead. Your tail ends here! I'm here. Stand together! Following your- Right away. Okay. Okay, add air. Hello? Leave it to me! That's it! What? Mach mal dein Verbot bei so vielen Gegnern. Das wird sie ein bisschen entnommen machen. Blitz die mal! Habe ich eigentlich noch? Achso, das ist Entschlossenheit, was ich habe. Mhm. Nicht mehr lange und ich muss wieder rasten. Und das ohne einen einzigen Zauber benutzt zu haben. Okay. Okay, die Falle konnte ich nicht auslösen. Dann benutzen wir doch einfach mal Zauber. Ja. Also vielen Gegnern hier unten. Absolut. Hallo? 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 So, da ist noch einer Mauer-Skelett. Hier drüben. Mhm. Ich bin nicht sicher, wie ich mich daran fühle. Im Dreck sind ein paar blutige Fingernägel eingebettet. Oh, sieht schön aus. Das an die Wand gespielt. Das an die Wand gespielt. Das an die Wand gespielt. Das erinnert vage an Buchstaben. Was auch immer hier früher stand, ist nun von einem kaminrunden Handabdruck bedeckt. Mhm. Ich glaube, es kann nicht helfen. Ich glaube, es kann nicht helfen. Ich hoffe, das hilft. Okay. Okay. Ich hätte auch außen rumlaufen können. Okay. Mit Jakob kann ich nicht reden. Weil er einfach zu weit weg steht. Kann ich die hier entschärfen? Ja, die hier kann ich entschärfen. Okay. Okay. Rastvorräte. Gut. Dann kann ich nachher rasten. Eine A-Balest und Geld. Es ist kein Problem. Da geht's. Ja? Nur ein Schuppenpanzer. Okay. Gut. Wenn ich diese Tür aufmache, sind da dringend Gegner. Okay. Ich mache ein Verbot, Duwins. Und... Ja, da geht mir auch ein bisschen näher. Und jetzt blitzen. Na ich schon. Ja. Ja. Ich bin hier. Noch mehr Geld. Und was haben wir hier Schönes? Oh. Goldobel. Ja, die hatten wir glaube ich schon mal. Die Goldobel. Okay, ich weiß wo es hier lang geht. Hier geht's natürlich auch nach oben.